Hallo und herzlich willkommen zum Zeitrennen Entwässerungskanal, 38 Sekunden die Vorgabezeit. Ihr stellt euch so weit wie es geht vorne im Kreis hin, weil hier zählt echt jede Sekunde bzw. jede hundertstel Sekunde. Dann drückt ihr euch bei dieser Drag Maschine natürlich auf die Maschine drauf, Bahn und Motorräder zieht ihr einfach das Motorrad nach oben, um es besser zu beschleunigen. Ansonsten ist die Strecke relativ simpel, ihr müsst bloß in diesem Kanalverlauf folgen. Am Ende kommt ein entscheidender Punkt, da ist es so, dass ich querfield eingesprungen bin, leicht, das seht ihr auch gleich. Dieser Sprung ist aber wichtig, da die Kurve sonst kaum zu nehmen ist und mit Vollgas durch Ziel, was leider bedeutet, dass das Motorrad dabei zerstört wird. Hier ist der Sprung, dann geht es abs durchs Ziel und das Motorrad ist danach Schrott. Viel Spaß beim Gewinnen. Wie gesagt, ich habe es beim ersten Mal geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.